Hallo, mein Name ist Chris Marx. Ich bin deutscher Tischfußball-Nationalspieler, deutscher Meister und auch Weltmeister im Tischfußball. Ich stehe hier an dem Tisch schlechthin vom Automaten Hoffmann. Das Modell heißt Turricane und ist der Premium-Tisch von Automaten Hoffmann. Er erfüllt die höchsten Anforderungen im professionellen Tischfußball-Sport. Auf dem Tisch ist alles möglich. Er ist extrem massiv, wiegt über 120 Kilo. Die Stangen, da können Sie die reinsten Fitnessübungen dran machen. Da passiert gar nichts. Das sind Profi-Hohlstangen, für extreme Bedingungen im Profi-Tischfußball-Sport geeignet. Profi-Gleitlager werden nur noch so im Tischfußball-Sport verwendet. Wir reden hier schon über den Sport-Tischfußball und das kann man perfekt an diesem Gerät hier ausüben. Der Sound, allein der Sound ist schon sensationell. Ich schaue jetzt hier mal ein paar Bälle rein. Sie werden es nämlich nur hören. Sehen können Sie das gar nicht mehr, weil das geht hier einfach so schnell. Das ist unglaublich. Das macht einfach nur einen riesen Krach. Hört sich richtig gut aus. Also der Name Hurricane ist bei dem Tisch hier wirklich Programm. Er lässt sich unheimlich gut spielen. Man hat eine supergute Ballkontrolle durch diesen Urethanball, der wirklich immer ein Tausendstel rund läuft. Durch diese breiteren Füße an den Männern, die auch wirklich ganz gerade verlaufen. so dass da keine Wölbungen drin sind. Der Ball ist unheimlich gut zu führen. Ich zeige euch das mal. Bei einer höheren Geschwindigkeit. Und das macht halt unheimlich viel Spaß. Denn je mehr Kontrolle, umso mehr Spaß. Was ihn auch auszeichnet, sind die hochgezogenen Ecken. Der Ball kommt sofort wieder ins Spiel. Also es ist ein sehr schnelles Spiel. Auf dem Tisch müsst ihr einfach mal selber spielen. Und ich garantiere euch, ihr werdet so schnell nicht mehr aufhören. Mist, nicht mehr aufhören. Untertitelung des ZDF, 2020